Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Horses. Hier in der Star Stable Horses App, ja, wie so üblich, erst einmal die Dailies. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir nicht vielleicht sogar heute schon die Möglichkeit kriegen, ähm, Trail Beat und kleine Onkel in Star Stable Online zu holen. Weil das wäre doch schon sehr nice. Sollte Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das ist die letzte Aufgabe, die wir hier machen können. Wir haben jetzt alle Aufgaben freigeschaltet. Mehr geht nicht. Aber ich muss auch sagen, das hier ist auch so eine von den schönsten Aufgaben. Nicht nur, dass er den Endspurt ankommt, sondern auch, dass es wirklich nur für Elefants ist. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also die letzte Aufgabe ist sehr schön, wenn man die freigeschaltet hat. Ich finde das mal nicht nur sehr erleichtert, sondern ich finde das auch wirklich richtig toll. Okay, ja. Schade. War zu erwarten. Das heißt, es wird definitiv noch einmal ein Video zu den Zweien geben, zu Trailbeat und zu Kleiner Onkel. Bevor ich die Zweien im Star Stable einfügen kann. Okay. 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 Ich weiß nicht, was ich, nie ganz fin ja. Schade. 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 НА consideredem. Aber hier sieht man nochmal richtig schön den Größenunterschied zwischen Tralded und Kleiner Onkel. Das ist schon echt heftig. Da sieht man hier wirklich sehr sehr gut wer hier das Pony ist und wer das Großpferd. Aber das macht nichts. Das ist schon echt heftig. 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 Das ist schon 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 heftig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020